Da sind sie! Frank, folgen Sie mir! Halten Sie auf! Oh, hey, Entschuldigung, Frank. Schon gut, starke Rechte. Mein Name ist Dr. Lily Houghton. Mein Bruder und ich suchen nach einer Fahrt den Fluss hinauf. Eins sollten Sie über den Dschungel wissen. Das ist kein spaßiger Urlaub. Ich bin auch nicht hier, um Urlaub zu machen. Der Legende nach gibt es einen Baum, der über einzigartige Heilkräfte verfügt. Das verändert die Medizin für immer. Ich helfe Ihnen. Dann mal los! Ich denke, manchmal braucht es einen kleinen. Das ist mein Motor und keiner berührt meinen Motor. Was habe ich gerade? Geht doch. Machen wir doch was Ungefährliches. Hast du nicht von einem neuen Abenteuer geträumt? Sie war immer angetrieben von abwegigen Ideen. Es gibt doch keine Flüche. Alles, was Sie sehen, will Sie tücken. Und kann es auch. Wollen Sie doch umkehren? Nein, der Spaß geht doch gerade erst los. Festhaltung! Oh, meine Güte. Hallöchen! Torpedo. Oh, mein Ohr. Jungle Cruise.